hallo und herzlich willkommen mein name ist tiki bolg und ich hatte irgendwie bock auf eine runde rocket league wo ist mein pet hier ist mein pet wir suchen match und ein standard match vier von zehn gespielt das machen wir doch ich wurde heute gefragt tatsächlich hast du skill bei rocket league und ich habe geantwortet nämlich kein auto fahren ja also ich finde das eine merke wird die frage weil das relativ ist also man muss ja nicht wirklich der ober pro sein meine ich hier ruckelt was und das ist ungewöhnlich rocket league nein also ich bin bestimmt kein über pro aber ich weiß zu spielen was ist hier los weg mit dem ding abgelenkt so jetzt ist aber ein spiel hier und drin 1 zu 0 ein bisschen skill haben wir dann doch jo läuft sehen wir für das pro experte ab das ist echt auch nicht relevant also man kann ja gut und schlecht spielen das level sagt da echt überhaupt gar nichts aus wie man sieht also wenn ich jetzt im tor gestanden hätte es gepasst ich sage mal ein connection problem das sieht recht lustig aus und weg gut gemacht von allen und der ist drin das war super hammer tor am sick of this cancer teams was soll das diese beleidigungen sind total überflüssig schnell mach ihn rein So. Auch nochmal abgefangen. Eine ziemlich interessante Art und Weise. Wow. Das war knapp. Also, ups. Wieder Connection Problems. Warum? Wieso? Weshalb? Ähm, ja. Die eine hat einen extrem hohen Ping. Also, ich bin es irgendwie nicht... Scheiße! So, jetzt bitte einmal aufhalten hier. Boah. Oh. Heiligsblechle. Da komme ich einfach nicht in die richtige Position. Was ist das für ein doofe? Guck mal, da kommst du einfach nicht irgendwie ran an den Dingen. Irgendwie keine... Links, rechts, oben, unten. Drenne, sagt. Ziemlich ausgeglichen. Okay, das mag auch am 2-2 liegen. Hol den dir! Ich habe kein Turbo mehr. Ich beiß gleich ins Pad. Okay. Na, immerhin knapp dran. Oh, wo ist der Kollege? Boah. Da sind wenigstens zwei und... Ich dachte schon, beide springen vorbei. Herz allerliebst. Wow. Das ist ein sehr nervenhaftes Match. Ach nö. Da kommst du mal einmal raus. Kommst du mal einmal raus. Ein einziges Mal nur. Shishi Swaggy Boy am fly sein. Aha. So, das ist schon Mist. Das ist Mist. Da ist er drin. Mein Gott. Das wird jetzt schwierig abzuholen. Mach ihn rein. Wo ist der Kollege? Da ist er. Ausgleich. Ausgleich, schnell! Ah, ha, ha, ha. Oh, no. Kein Turbo mehr am Start. Kein Turbo, aber der geht rein. Das können wir noch schaffen. Zwei Sekunden. Kein Problem. Der ist drin. Unfassbar! Was ist das für ein Ball? Ha, 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 ha. Ja. Es läuft. Dann die Nachspielzeit. Und Connection Problems. Danke. So. Schauen wir mal, was wir hier machen können. Kein Tor. Kein Tor. Kommt, Jungs. Mach das Ding rein. Wahnsinn. Was für eine Aufholjagd. Was für ein Match. So, diesmal einfach nicht auf dem Tor ausgehen. Oh, das schlecht. Das ist schlecht. Das ist gut. Okay, das ist nicht so gut. Boah. Ich dreh durch. Oh, da hat Teammaten abgelenkt. Jawohl. 5 zu 4. Da ist er drin. Super Game. GG. Vielen Dank für die tolle Runde. Ja, ja. Und jetzt. Oh, mein Gott. Ist interessant, wie wenn wir immer den Chat verfolgt haben, wie die Leute hier reagiert haben. So, eine machen wir, glaube ich, noch. Eine ganz schnelle. Oh, mein Gott. Wie sie sich da zerpflücken, gegenseitig. Verstehe ich nicht. Kann ich nie nachvollziehen. Eigentlich ja eine coole Community hier. Nur irgendwie gibt es hier Connection-Probleme. So, das hat sie erstmal ordentlich verwirrt. Ja, also, keine Ahnung, was hier los ist. Ist neu. Irgendwas mit den Servern nicht okay. Okay, da ist einer mit 380 Ping drauf. Das sagt natürlich alles. Oh, habe ich den Kollegen nach dem Ball geklaut. Ja, so kann man ja nicht zocken. Irgendwie ist ja ein schnelles Spiel. Und wenn man den Ball dann so verpasst, macht das alles keinen Spaß und Sinn. Ich hoffe natürlich, dass ich nicht der einzige bin, der diese Probleme hier hat. Oh, mein Gott. Ja, toll. Jetzt bin ich im Level, außen Level. Ich drehe mich im Level. Schöne Sache. Es geht gar nichts mehr hier. Ja. Ich weiß nicht, inwiefern wir das hier noch weiterführen sollten. Eigentlich gar nicht, weil... Ja. Das bringt nichts. Die Zeit ist auch stehen geblieben. Eigentlich sind wir raus. Ja. Wenn man so die anderen schwanken, auch hier mit dem Ping. Wow. 1 zu 0 ist noch kein Beinbruch. Der sollte faktisch, theoretisch, damit wir den nochmal hochhalten und den Gegner wegkicken. Und wir drehen uns wieder. Und da drehen wir uns wieder, wieder. Oh, Mann. Ich glaube, ich gehe jetzt hier gleich raus. Aber wir haben noch ein Türchen gemacht. Vielleicht auch nicht. Das Leggy Game. Konnten wir immerhin schon null Punkte machen. Ist auch cool. Ja, irgendwie... Ja, tut mir leid. Weiß nicht, was das soll. Der ist... Der geht doch nicht bei uns rein, oder? Ach, Mensch. Da quillt man sich zu dem Ball hin. Ja, und ist eigentlich doch ganz woanders. Ja. Ja, wir lassen uns mal laufen. Einmalig. Aber die Runde davor, die war super. Kann man ja nicht anders sagen. Oh, da ist er drin. Die Runde davor war super. Das hier ist auf jeden Fall ein Leckfest. Na ja, eine Minute 33 noch. Willst du jetzt nicht aufbrechen? Uh. Ne, also... Keine Ahnung. Vielleicht lädt er auch irgendwas im Hintergrund runter. Kann das sein. Oh, wir drehen uns hier nochmal ein bisschen. Ja. Ähm... Rocket League. Ist der Knaller. Ehrlich. Oh, ja. Hm. Super Netzcode. Eine Minute noch. Ja. Läuft. Ähm... Ist er jetzt dringend gewesen, oder nicht? Ja, der ist drin. Cool. Noch mal abstimmen zum Aufgeben. Hat ja keinen Sinn. So. Was auch immer das für ein Problem war. Auf jeden Fall. Hatten wir eine tolle erste Runde. Das war der Oberknaller. Deswegen lasse ich das jetzt auch. Ähm... Und fuhre mir da nicht mehr dran rum. Ich lasse es auch. Das zweite Match drin. Ist einfach nur zu eurer Belustigung. Ja, ich hoffe, ihr habt euch gefallen. Dann gebt mir ein Däumchen nach oben. Ich lege mal das Pad zur Seite. Und... Ja, wir sehen uns bestimmt in einer der nächsten Folgen. Auch mal wieder Rocket League. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Einen schönen Tag. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.